Die frühere AfD-Vorsitzende Petri muss sich wegen Verdachts des Main-Eids von heute an vor dem Landgericht Dresden verantworten. Sie wird beschuldigt, 2015 vor dem Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages unter Eid falsch ausgesagt zu haben. Im Kern ging es um ein Darlehen zur Wahlkampffinanzierung. Petri hat einen Irrtum eingeräumt, eine absichtliche Falschaussage aber bestritt.